Okay, seit heute gibt es die Autos und... Ich glaube, ich habe den ersten epischen Sieg mit dem Wagen gemacht. Also im Ernst, ich habe den Gegner überfahren. Und dabei habe ich noch eine Menge anderer cooler Scheiß mit dem Fahrzeug gemacht. Und jetzt... Willkommen. Willkommen im Erlebnispark von Tim. Komm schon, ein Schaden! Geh drauf! Ja, perfekt! Ja, holy shit! Die beste Runde meines Lebens. Ja, das war wirklich Premium. Ihr wisst gar nicht, wie glücklich ich bin, dass gerade Fahrzeuge in Fortnite sind. Das ist so verdammt cool.